Her und Willkommen auf meinem Kanal, Marcel ist da. Servus, man. Heute wieder zurück in Valorant. Wir schauen mal, ob ich besser geworden bin. Mit dabei ist wieder das einzig wahre Felix. Servus. Hi. Jetzt sind wir nur zu zweit. Und freust du dich schon? Ja, klar. Begeisterung, mein Freund. Als du dich anhörst, wie dieser Minecraft-YouTuber-Normen so. Oh. Richtig begeistert. Was? Du bist begeistert, ich weiß. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt ein Swigge rein. Bis gleich. Welches Genie? Äh. Hab ich noch nicht letztens das Ding gekauft. Ich weiß noch welcher. Was der? 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 Der warst, oder? Ne, der ist auch Standard. Ähm. Ne, Rain hab ich mir gekauft, oder? Keine Ahnung. Kann sein, aber... Doch. Ja, stimmt. Stimmt. Weil da haben wir ja letztes Mal einen Winner gekauft. Stimmt, sowas. Ja. Sorry, ne? Wähl deinen Charakter! Ich war auf Ruka. Wohl. Ich glaub, da kommt nicht mehr. Ich hab das Gefühl, dass der nicht mehr kommt. Ich will vielleicht nicht auffangen, wenn ihr runterfallt. Versuchen würd ich es aber. So. Drin. Wer bist du? Geh zu C. Ach, warum erstmal... Ja. Äh. Eingeschlungen. Auf mein Zeichen. Geh zu C. Da? Ui. Die Schatten bewegen sich. Röntger, Röntger. Ich hab den Spike aufgenommen. Ich hab den Spike aufgenommen. Ich hab den Spike aufgenommen. Wissi, wissi. Verdammt, ich bin tot. Felix! Was? Hallo? Dio, wirst du mir nicht... Hallo? Wafuck. Einer am Boden. Felix? Natürlich nicht. Nö. Nö. Ach, wirst du mir nicht... Hä? Hallo? Felix? Nö. Latscht einfach nicht in die Verlangsamung wieder. Dann wird das schon. Felix? Er spricht wirklich nicht. Jetzt hör ich dich wieder. Nö. Ich hab mich aber wirklich nicht gefördert, was ich sinken. Angriff. Was geht? Wer kommt unterwegs? Nö, ich nicht. Gegner bei B gesichtet. Lade nach. Wo ist der? Der, 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 der so... Der, 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 der... Der! Der, der, der... Sorry, alter! Wo lang? Jetzt bin ich tot. na komm doch verteilt gerade die schönsten headshots der welt letzter leben der verbündeter gewonnen ja du hast es geschafft felix du alter geheimnis krämer du bist meine mann nein nein felix kriegt ein autogramm von dir warum nicht sicher ich brauche beute ich bin ein ein gegner übrig ich habe keinen vier 148 domaines 148 ich bin tot ich bin tot wer macht das Ja, wir schaffen das. Sind wir jetzt Baustallarbeiter oder was? Ja. Oh, finde ich geil, Felix Baustallarbeiter mit dir. Aber egal. Wenig Geld für viel schaffen, oder wie? Äh, andersrum. Viel Geld für wenig schaffen. Ah, verstehe. Du Schwarz-Arbeiter-Rolle. Ah, verstehe. Nee, Gelb-Arbeiter. Gegner gesichtet. Jetzt lass die mich allein. Nee, nee, du kannst hier rum. Hier ist gesperrt. Wo sind die Gegner? Ich bin hier. Ich bin hier. Jemand ist bei B. Gegner sind bei B, dann komme ich von hinten. Komm, probier's. Ah, meine Augen sind der Alte? Spike platziert. Ja, weiß nicht. Dig mal, ich bin da. Gepammt! Autsch! Letzter Leben der Vergnündete. Ich glaube, wir werden nicht auseinandergenommen. Hm. Glaub ich auch. So. Oh, da! Hallo! Felix! Und wer ist schuld, wenn wir verlieren? Ja, jemand. Gegnerischer Jorung. Ja, der auch. Und wer noch? Die Chat. Nee, wer noch? Das haben wir voraus gemacht. Wir müssen doch üben. Ich brauch Beute. Nee, Omen ist dran schuld, nicht ich. Nein, wir haben davon geübt. Wer ist dran schuld? Egal, ob sie mitspielt oder nicht. So wie? So wie jetzt. Stimmt. Hast du recht. Ja, rüben! Spike platziert. Oh, das waren schöne Headshots. Pfff. Pfff. Äh. Da. Da. Ein Gegner übrig. Gegner bei A gesichtet. Das muss man sagen, du kaufst das. Ah. Geht in Deckung! Haha. Nice! Knapp! Wir haben gewonnen! Jawoll! Was? Das ist Spike TV, du hast es gut gemacht. Danke, ich weiß. Ich sehe, alle sind rausgeschmitten. Nur die ist drin. Wo ich immer was schaffe. Ja, klar. Weißt du, wie das Spiel läuft? Hm, muss. Die beste Beispiel und so. An so einem Apo-Mech-Red. An so einem Leon-Mech-Share. Wofür stehst du? Digga! Digga! Ich renne rein! Hier fünf Leute vor mir! Die öfter nicht, dass ich nicht stirb. Hier! Lade nach! Spike in A! Komm! Wir schaffen das! Ein Gegner übrig! Wenn wir verlieren, habe ich zu viel weniger Schneidearbeit. Aber wir gewinnen! Ich bin in links! Ja! Felix! Mit jedem Sieg gerade, habe ich viel mehr Schneidearbeit. Das finde ich super! Bei jedem Sieg oder was? Ja, bei jedem Runden Sieg. Weil wenn dir das gewinnen können, wenn die Runde schneller zu Ende. Verstehst? Weil wir immer gewinnen, habe ich mehr Arbeit. Also Felix, gewinne. Für die Zuschauer, mehr Arbeit. Ja klar! Probier's! Damit ich mehr Zuschauer für die... Mehr Arbeit für die Zuschauer machen muss. Wenn wir jetzt gewinnen, ne? Was? Viel Spaß! Viel Spaß mit den zwei Tage verschneiden! Oder ja! Oh mein, oh mein! Können Sie mich an mich? Harry, du bist hier! Und wir haben... Sind Sie bei euch? Wir haben dich, Raison Ness! Raison Ness! Habe ich dich! Habe ich dich! Dammt! Halt, ihr fällt schon jetzt. Erwischt! Haha, ich habe sie! Miet! Raison, Jero Miet. Wär ist der Nächste? Hag'app' einen! Wer ist der nächste? Stolperdraht zerstört. Käfig ausgelöst. Hier. Stolperdraht zerstört. Okay. Das ist echt gut. Oh. Okay. Ich glaube, wir haben verloren. Ich hab nur so'n sehr starkes Gefühl, ja, das war's. Never mind. Ist er sicher? Digga! Haben die das alles gelten in der Runde bei uns oder? Ja. Sie gewinnen das. Hohin, rechts, oder links? Ich hab keine Höhle aufgeregt, doch. Dankeschön. Thank you. Ich hab's vorhin. Genau, hier. Mach's, komm. Boah, Engspiel. Auch wenn die wahrscheinlich auf der anderen Seite da wären, aber... Egal. Jetzt war ich mal eine ganz andere Cam. So, jetzt müssen wir nur warten, bis die kommen. Äh, versteck dich lieber bei mir. Ja. Siehst du, ob die kommen noch nicht, oder? Ich hör's. Eigentlich. Gegner gesichtet. Komm. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Doch, jetzt. Kamera. Vorsichtig. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Oh, nee. Wir sind da in den Raum drin. Ich glaub, zwei Treffer hab ich verursacht. Spike in B. Ein Gegner übrig. Der Gegner ist raus. Spike bei B gesichtet. Noch 30 Sekunden. Hier. Nix. Warte. Noch 10 Sekunden. Fuck. Ich hab's nicht geklappt. Letzter Leben der Verbündete. Oh, wir haben's. Ich hab's. Hey, guys. GG. Oh, wir haben's. Meine Ruhe ist bereit. Uh. Verteidiger gewinnen. Oh, nein. GG. Ich hab' gerade erst angefangen. Digga. Oh, ja. Felix. Digga, geiles Job weg, gell. Gell. Gell? Digga. Hand die Tante gewinnen das. Hey, Felix. Was hast du extra gemacht, dass du kurz dein Scheiße gespielt hast, oder? Ja. Junge, das war mein erstes Match, okay. Okay. Versteh. Ich hab extra extra blöd gemacht, damit ich gut darstimm. So, am Ende, oder? Immer. Immer. Ah, find ich gut. Bist du ein herzensguter Mensch. Danke, danke. Moiz. So, Leute. Ich sag' das war's mit der Runde. Wir sehen uns das nächste Mal beim anderen Video wieder, oder vielleicht sogar Relevant. Kommt noch mal, dass ihr seht. Dann bis dann, Leute. Ciao, ciao.